Hi Leute, ich bin der Chris und wir sind heute mal wieder hier bei uns am Just Music. Und ich freue mich sehr, euch zu verkünden, dass wir endlich wieder die Angelico Gitarren bei uns im Laden haben. Und wir dachten uns, was wäre besser, um euch das zu zeigen, als hier ein kurzes Video zu machen, ein bisschen die Modelle vorzustellen. Und ja, let's go! Musik Musik Also Leute, nachdem ihr jetzt die Gitarren gesehen und vor allem gehört habt, wer jetzt Lust bekommen hat, mal eine D'Angelico ein bisschen genauer anzuchecken oder noch Fragen hat, ihr könnt jederzeit gerne bei uns am Modusplatz zu mir und meinen Jungs vorbeikommen. Wir helfen euch da gerne. Ihr findet die Modelle auch bei uns online im Webshop. Und ja, wenn es noch Fragen gibt, ihr meldet euch. Gebt gerne ein Like und ein Abo für den Kanal, dass wir weiter für euch Videos produzieren können. Und ja, see you soon!